Servus, wir sind auf dem Testserver. Wir spielen heute die Prüfung von Dastan. Ich wollte vorher noch kurz auf das Login Event hinweisen. Das kommt dann auch demnächst zu uns. Und ja, wenn wir uns die sieben Tage eingelaggt haben, bekommen wir wieder eine rote Kiste. Und aus dieser können wir uns einen dieser fünf Helden aussuchen. Genau, springen wir in die Prüfung rein. Ja, Belohnungen sind wie immer die gleichen. Da gibt es nichts Neues. So, ich würde sagen, wir springen gleich zu den beiden, oder? Ach nee, komm, wir gehen zuerst zu der hier. Erst nach unten rechts. Genau, mit dem Team klappt's. Wir haben Tourne, Isolde vorn, hinten Rowan, Nara und Dastan. Damit sollte ich es eigentlich klappen. Genau, damit haben wir den Sieg. Ab geht's. Ja, wir haben den Hirn im Hintergrund wieder mal mein Kottelchen-Gizmo. So, dann gehen wir hier runter zu dem. Und wir spielen von Rosalie Lucius. Dann hinten Reine, Dastan und Belinda. Damit sollte es eigentlich klappen. So. Na komm, mach den platt. Passt. Perfekt. Ab die Belohnung holen. Und dann gehen wir gleich weiter zu dem. Hier nutzen wir das gleiche Team. Brauchen wir bloß durchdrücken. Ja, Gizli. Na komm, genau. Somit haben wir das auch geschafft. So, den sehen wir jetzt. Genau, machen wir gleich den hier oben. Einmal ganz oben links in die Ecke reinfahren. So, und hier spielen wir Talene, Goro vorn. Hinten Lausanne, Dastan und Belinda. Sollte theoretisch so funktionieren. Hat zumindest gerade eben auch so geklappt. Normalerweise würde ich ja sehr gerne die Kämpfe so raus cutten. Aber einige bzw. ein paar mehr wünschen sich ja gern, dass ich die Kämpfe zeige. Also lassen wir das jetzt hier mal durchlaufen. So. Dann gehen wir einmal nach ganz rechts oben. Und hier nutzen wir wieder das gleiche Team. Also Talene, Goro vorn. Und hinten haben wir Lausanne, Dastan und Belinda. Wir können hier theoretisch komplett durchdrücken. Sollte jetzt eigentlich, genau. Da war der Sieg. Kurz einsammeln. Und dann haben wir hier unten noch das letzte Team. Und hier nutzen wir wieder das Team aus dem ersten Kampf. Also Tone, Isoldt, Rowan, Nara und Dastan. Na, oder wird das jetzt ein Fail? Na, merk schon. Tone regelt das. So, damit haben wir es geschafft. Wir sind durch. Holen wir uns noch schnell die Kiste. Und springen dann direkt nochmal in das Opening rein. Perfekt. Dann lassen wir mal sehen. Mal schauen, was wir kriegen. Oh, Scrag. Sehr nice. Jo, dann wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag, Abend. Und ab 2 Uhr ist das Video, äh, ist die Prüfung verfügbar. Und jo, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.